Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Enigmatiker 2 Expert Skyblog. In der letzten Folge haben wir an unseren Raketen weitergemacht und wir waren kurz auf dem Mond und haben die Lithium geholt. In der heutigen Folge möchte ich mal unsere Rüstung versiegeln. Ich habe hier ein bisschen was vorbereitet und zwar habe ich dieses Buch hier automatisiert. Das waren ein paar Rezepte, das wäre jetzt einfach nur unnötig gewesen. Wir haben ja letztens schon gesehen oder ihr habt mir im Stream glaube ich schon gesagt, ich kann das hier verzaubern. In den Kommentaren ist es auch nochmal gestanden. Ich habe mir gedacht, ja machen wir das einfach mal und dann gucken wir was bei rauskommt. Da braucht man ganz viele von diesen High Pressure Tanks. Ich habe keine Ahnung, ob man noch irgendwie Sauerstoff braucht. Wahrscheinlich nicht oder so. Okay, da arbeitet das jetzt hier durch. Okay. Ja gut, das wird jetzt ein bisschen dauern, bis das fertig ist. In der Zwischenzeit habe ich auch noch rausgefunden, wie das hier mit dem Mining funktioniert. Und zwar, ich wollte gerade sagen, brauchen wir einen Drill. Ach ja, und ich habe hier noch Fleisch aufgefüllt. Einen Drill. Und zwar diesen Drill hier. Und dafür brauchen wir noch eine Iron Pickaxe. Irgendwas stimmt hier nicht, ne? Ah, unser ME-System hat gerade irgendwie... Also ich habe vorhin den Server neu gestartet. Und offenbar hat unser ME-System immer noch nicht gerallt, dass es wieder live ist. Na gut, okay. Aber jetzt scheint es wieder zu gehen. Perfekt. Wir brauchen so einen Drill. Und wir brauchen eine Rakete. So. Und wir machen die mal ein bisschen größer. Das ist nämlich jetzt nicht so einfach. Wir brauchen dann noch Engines. Ups. Engine. Und zwar... Würde ich sagen, brauchen wir noch acht Engines. Wir machen mal ein bisschen größere. Wir brauchen Magnesiumohr. Alles klar. Okay, um Magnesiumohr müssten wir uns vielleicht wirklich mal kümmern. Auch wenn ich da nicht so die Lust drauf habe. So. Erstmal so machen. Und dann gucken wir mal. Das reicht jetzt erstmal. Und dann Engine. Wo ist sie? Wo ist sie? Engine. Ja. Acht Stück. Zacker. So. Und eine Menge Tanks. Denn wir brauchen... Ähm... Schub. Und Kapazität. Und was auch lustig ist. Als Speicher benutzt man offenbar ganz normale Kisten. Warum auch immer. So. Dann habe ich hier die Engine. Nicht Engine, sondern Engine, wenn ich bitten darf. Wo sind sie? Unsere guten Triebwerke. Vier sind schon fertig. Eins, zwei, drei, vier. Dann fehlen ja nur noch vier. Hervorragend. So. Hier kommt das hin. Und dann brauchen wir hier noch Tanks. Ja. Ah. Fuel Tank. Zwölf. Ja, mach einfach noch welche. Wir werden noch Raketen brauchen. So. Und dann... Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Dann zwei Kisten hier rein. Das ist quasi unser Lager. Und dann brauchen wir noch einen Guidance Computer. Und einen Drill. Wobei, wir können es eigentlich so lassen, ne? Ich wollte jetzt außenrum auch noch, aber rein theoretisch könnte es so reichen. Schauen wir mal, ob es so funktioniert. So. Unsere Time in the Bottle. Scan. Mal schauen, was er sagt. Clear for, lift off. Okay, dann machen wir ein Build. Ja. Ist jetzt fertig oder... Build complete. Okay, also können wir hier reingehen. Aha, perfekt. Hier haben wir Chests. Sehr schön. Und dann haben wir den Guidance Computer. Sehr schön. Dann haben wir hier noch einen Asteroiden. Er ist mittlerweile angereichert. Mit allen Daten, die wir brauchen. Hoffentlich. Und der kommt in den Guidance Computer. So, Asteroiden Chip. Also, wir haben jetzt einen Bohrer. Wir haben Treibstofftanks. Müssen die Rakete noch linken und betanken. So. Tankvorgang ist gestartet. Ich weiß nicht, ob wir jetzt dann so einen Mission Prozess haben. Ob das schon eine Mission ist oder nicht. Ich habe keinen Plan. Aber wir betanken das Ding mal. Was ist denn das für Werte? Sieht man nicht mehr. Okay. Wird schon akzeptable Werte haben. Äh, ups. Wie geht es denn hier unseren, äh, schönen Orbital-Satelliten? Äh, ganz viel leckere Data. Äh, das gefällt mir. So. Jetzt müssen wir warten, bis die betankt ist. Und dann können wir die losschicken. Und rein theoretisch sollte sie dann hier von diesem Asteroiden Stahlblöcke abbauen. Ich weiß nicht, ob da insgesamt nur 18 Stahlblöcke sind. Oder ob das 18 mal 18 Stahlblöcke, ich, ich habe keine Ahnung, 18 plus minus 13. Also vielleicht sind es auch nur irgendwie ein paar Blöcke. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber wir werden es herausfinden. Und zwar sobald unsere Rakete betankt wurde. Und das wird sie nicht mehr, weil wir keinen Treibstoff mehr herstellen. Huch. Wo ist unsere Treibstoffproduktion? Wo ist das Problem? Das Problem ist, dass nicht nachgeliefert wird. Das macht Sinn. Huch. Wir brauchen Huch. Und dafür brauchen wir... Ne, ne, Seeds haben wir dafür nicht benutzt, glaube ich. Also Sugar haben wir benutzt. Sugar und Potatoes, glaube ich. Seed. Ich weiß nicht, wie viele Seeds wir haben. Oh, 33.000. Okay, Seeds und Sugar scheinen ganz gut zu funktionieren. Na dann. Da sollten wir mal hier vielleicht einen Exportbus dran machen. Und zwar da ein und da ein. Dann eine Capacity Card. Und dann einfach sagen Seeds und Sugar rein. So, und Rocket Fuel. Wie haben wir das gemacht? Gunpowder und Redstone, genau. Capacity Card. Haben wir offenbar nicht automatisiert. Warum auch immer. Egal. Power Vorrat hier rein. Passt schon. So, und zwar Gunpowder und Redstone. Hervorragend. Rein da, rein da. So. Dann brauchen wir ein paar Löcher im Boden. Und Me-Gläs-Kabel im Blau, würde ich sagen. Also wir haben ja hier noch, wir haben ja noch 22 Kanäle frei. Blu. Aha. So. 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 Dann wären Fassaden nicht schlecht. Passade. Da haben wir es. Stone Bricks. Genau zwei Stück haben wir noch. So. Deckel drauf. Deckel drauf. Und Kabel dran. Kabel dran. Und rein theoretisch sollte jetzt die Produktion hier anfangen zu laufen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das hinten noch auf Input setzen. Ja, wahrscheinlich schon, ne? Ja, okay, da kommt ein Seed. Okay, Acceleration Cards wären vielleicht nicht schlecht. Eine und noch eine. Und vielleicht wäre es auch nicht schlecht, die Sachen auf Round Robin zu stellen. So, dann läuft das Ding hier. Sehr gut. Das läuft. Ah, man muss es doch nicht. Ich, ich, ich hab's mir fast gedacht. Aber wir haben es auf Round Robin gestellt. Und wo bleibt das Redstone? Also erstmal hier wieder das Hässliche da wegmachen. Hässliche Config ist weg und es funktioniert trotzdem. Wo bleibt das Redstone? Redstone. 5.500.000 Redstone. Random Mode. Kriegt glaube ich nix. Redstone. Vielleicht doch Pull. Hä, warte, 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 warte. Was ist denn hier passiert? Hier ist im Input Tank auf einmal Rocket Fuel gelandet. Das ist das Problem. Hä? Wie konnte das denn passieren? Also Input Tank. Dump Input to Output Tank. Genau. Hä? Hä? Haben wir es verbuggt und haben wir es unendlich davon? Äh. Das wird auch nicht weniger. Äh. Leute. Ich glaube, ich habe gerade die Rocket Fuel Produktion verpackt. Und wir haben jetzt unendlich Rocket Fuel oder was? Nee. Hä? Ja, da muss Hut schreien. Insert. Extract. Always active. Ich meine, es hat ja auch schon so funktioniert. Was war denn das hier? Hä? Hä? Was war denn das jetzt? Also wir haben es irgendwie verbuggt gehabt. Aber jetzt geht es wieder. Jetzt kommt noch Redstone rein. Okay. Dann ist ja alles gut. Mann, 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 Mann. Okay. Aber wir haben irgendwie ganz viel Rocket Fuel zu uns gebackt. Und das sage ich nicht nein. Ah. Jetzt lädt es wieder. Gut. So. Einmal kurz schlafen. Na komm. Ich sehe doch, dass die Sonne unten ist. Was soll denn das? So. Aber die Lampe hier ist dezent im Weg, ne? Also ich glaube, die wäre, puh, also mindestens an der Decke schon mal besser. So. Gut. Also, Rakete ist befüllt. Und ich würde sagen, starte meine Rakete in T-5, 4, 3, 2, 1. Start. Ah, da. Triebwerke zünden. Wusch. Sehr schön. Bring uns ganz viel Reichtum. Los. Und sie ist weg. So. Und jetzt, äh. Kann ich jetzt hier irgendwie was. Ah. Asteroid Mining Progress. Ah, und jetzt sind da hier auch die Pfeile. Also in 15 Minuten, rein theoretisch, kommt die Rakete wieder. Sehr toll. Und jetzt laufen hier die Balken da voll und irgendwann. Ah, okay. Das ist der Hinflug. Dann der Mining Prozess. Und dann der Rückflug. Oh. Ja, langsam verstehe ich. Ja, geil. Leute. Wir sind einfach. Einfach Genius. Geil. Okay. Also, wir haben jetzt eine Rakete losgeschickt. Das ist schon mal relativ gut, würde ich sagen. Äh. Habe ich hier eigentlich noch. Eigentlich könnten wir hier wieder anschalten, weil er kann ja ruhig das ganze Öl verballern. Wenn wir mal ehrlich sind. Oh, Alter. Schaut. Schaut euch mal an, wie diese Destillation Tower das Öl einfach wegsaugt. Ich meine, hier sind 16.000 Millibuckets drin. Wie der das einfach wegsaugt. Als wäre es nichts. Hier. Ich meine, der destilliert das auch schön und so, ne? Aber, Alter. Äh. Speed. Extraction Speed Upgrade. Wir können noch ein paar Extraction Speed Upgrades reinmachen. Dann eskaliert das hier auch noch richtig. Weil aktuell macht er ja eins nach dem anderen hier weg. Oder, sobald kein Nachschub mehr kommt, das, ja, wir können erstmal drei reinmachen. Das dürfte reichen. Und, ja, es ist quasi so gut wie weg. Alter Schwede. Lubricant. Und Diesel. Und noch ein bisschen Benzin. Das ist schon viel. Das ist schon wirklich viel. Okay. Ähm. Ich würde aber ganz gerne noch. eine zweite Station haben. Also, wir können mal kurz einen neuen Bohrkern noch machen, wo wir schon da sind. Aber ich befürchte, dass der neue Bohrkern keine 14,3 Millionen anzeigen wird. Deshalb, wir müssen uns dringend was Neues suchen. Wir haben nur noch 10. Ja, wobei, geht. Wir haben erst 4 Millionen verballert. Aber 4 Millionen sind halt 4 Millionen, ne? Aber er sieht genauso aus. Also, wir haben scheinbar noch kein einziges Depot verbraucht. Falls er das dann tatsächlich auch visuell darstellt. Oh. So. Also, wir können noch mal schauen, ob wir hier irgendwie in der Nähe vielleicht noch Öl finden. Hm. Weil wir brauchen mehr. Brauchen wir mehr? Ja, doch. Für die ganze Maschinerie. Oh. 2 Millionen. Gut, 2 Millionen ist jetzt nicht so viel. Aber 2 Millionen sind 2 Millionen, ne? Wieso, wo geht denn der Chunk hier? Ist das der, ist das der Chunk, oder? In dem das ist. Ja, das ist der Chunk. Okay, das heißt. Man kann ja hier gucken. Also, bis hier sollten wir unsere Pumpe aufgestellt haben, sag ich mal. Also, hier sollte die Außenkante von der Pumpe sein. Ähm. Immersive. Steer Scaffolding. Stehen die Pumpen? Ach, die Pumpen stehen noch da vorne. Ich habe mich schon gewundert, hä? Wo ist denn das Zeug? Äh. Stellen wir ja den Bohrkern mal da hin. Und dann holen wir uns hier eine Pumpe. Pumpe ist eingesteckt. Und dann, ähm. Ähm. Oh, wie heißen das nochmal? Engineers Manual. So. All Processing. Pump Check. Ah ja, hier gehört eigentlich ein Light Engineering Brick hin. Aber wir können den ja da hinsetzen. Und dann können wir hier da die Pumpe dran bauen. Zack. Zack, 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 zack. Und zack. Ja. Dann. ein Light. Und ein Redstone. Dann oben auf dem Heavy sind dann 1, 2, 3, 4 und 2. 1, 2, 3, 4. Und 2. Dann kommen hier die Fensters. So, 1, 2, 3 und 1, 2, 3. Und irgendwie ist noch ein SteelScape vor dem übrig. Habe ich das irgendwo vergessen? Nö. Wo ist unser Hämmer? Irgendeiner von denen war's. Perfekt. Dann den Flux Point drauf. Flup. Und es läuft. So, dann brauchen wir noch einen Tank. Und zwar einen Endertank. So, und den müssen wir jetzt konfigurieren mit dreimal schwarz. Wie meine Seele. Das heißt, wir brauchen Inkzacks. Zack, zack, zack. Und zack, zack, zack. So, jetzt ist er im Ölmodus. Vorsicht. Und der Ölmodus. Habe ich hier ein Kabel dran machen müssen? Nö. Okay. Das heißt, zack. Wie ist der eingestellt? Oben ist das rote. Wie ist der hier eingestellt? Ah, ja. Ah, und da kommt ein bisschen Öl rein. Perfekt. Gut. Dann können wir noch den Bohrkern, wenn wir das wollen, dahin machen. Ich meine, hier sind halt nur 2 Millionen. Nicht wie hier 14 Millionen, aber ein bisschen Öl ist ein bisschen Öl. Und je mehr Öl, desto besser. Denn Lubricant ist das, was wir eigentlich brauchen. Und davon haben wir halt erst eine halbe Million. Und naja. Eine halbe Million ist quasi nix. So. Was wir als nächstes brauchen, haben wir noch die Lithium. Wir haben noch die Lithium. Aber was wir als nächstes brauchen, wäre vielleicht mal unsere Verzauberung hier. Wenn wir schon dabei sind. Dann können wir mal schauen, ob wir so zum Mond können. Schöne Rüstung hier ausziehen. So. Hier wird es nur ein Level. Das ist schön günstig. Das gefällt mir. Für die Draconic Evolution Rüstung später brauchen wir das zwar auch. Aber ja. Na guck mal. Da ist er ja. Das gute Javaleck. Ich habe es schon vermisst ey. Nach 22 Minuten. Das hätte fast die Folge über. Äh. Wäre es nicht gekommen. Das wäre katastrophal. Die Zeit nutze ich und trinke einen kleinen Schluck Fanta. Oder eine Alternative. Zitronen. Ne. Orangenlimonade. Genau. Fanta die Zitronenlimonade. Wer kennt sie nicht. So. Zack. Ah. Okay. Aber wir brauchen offenbar trotzdem. Irgendwie Sauerstoff. Können wir das jetzt hier rein? Ne. Ah. Tank. Ich mache mal so einen super High Pressure Tank. Oder brauchen wir den. Ah ne warte. Tank ist wahrscheinlich in der Verzauberung. Weil wir haben ja ganz viele zum Craften gebraucht. Ich vermute mal. Ich stelle mich einfach hier. Hahaha. Ja. Das habe ich mir gedacht. Oh. Wir haben nichts mehr. Wieso haben wir nichts mehr? Ist das eingetreten, was wir vermutet haben? Ja. Ist es. Okay. Ja. Gut. Dann ist auch egal. Komm. Einfach weg damit. Äh. 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 Genau. Einfach weg damit. Äh. Mit einem. Ende. Fluid Content. Ist vermutlich die einfachere Sache. Äh. Extract always active. Insert. So. Und jetzt ist es weg. Und jetzt produziert die ganze Anlage hier. Und jetzt produziert die ganze Anlage hier. Hoffentlich. Eine Menge Zeug. Ist hier Wasser drin? Da ist was. Ah ja. Da kommen die Blitze schon. Also theoretisch könnte ich noch einen zweiten hier drauf machen. Ich weiß halt nicht, ob sich das irgendwie lohnt. 1,3 dreifache Geschwindigkeit. Wir können ja mal einen Point nehmen und auf den anderen auch noch einsetzen. Jetzt ist hier zwar komplett voll, aber irgendwie trotzdem eins kommen. Ja. Lohnt sich dann wahrscheinlich nicht so wahnsinnig. Hier kommt auch nichts. Hier kommt auch nichts. Wie sieht es eigentlich hier aus? Ah. Ist auf der Rückreise. Ich bin sehr gespannt. Was der Gute dabei hat. So. Aber warum? Ah. Jetzt produziert er was. Was war denn das? Warum hat er da nichts produziert? Muss ich wahrscheinlich nicht verstehen. 100? Wow. Das ist aber schnell. Und weg. Na gut. Aber ist nicht so schlimm. Äh. Ich würde sagen. Wie lange dauert es eigentlich noch, bis die Rakete wieder da ist? Noch 4 Minuten. Okay. Ich würde sagen. Wir schauen mal kurz auf den Mond. mit unserer neu verzauberten Rüstung und gucken, ob wir sterben oder nicht. Und wir können auch fliegen. Und unsere Rakete theoretisch abbauen. Oh. Die Erde. Die Erde ist by the way eine Kugel. Wollte es nur angemerkt haben. Ich hoffe, es fühlt sich jetzt jemand getriggert. Okay. Wir lassen es einfach an. Also ich habe es letztens ausgeschaltet, weil hier das so komisch gebackt hat mit der Energieversorgung. Ich dachte, das lag am Server. Lag es offenbar nicht. Es packt weiter. Na gut. Dann lauf einfach durch. Ist egal. Wir haben genug Strom. Und wieder zurück zur Base. Und dann gucken wir mal noch in unsere Batterie. Wir gehen ja relativ sorglos mit Strom um. Muss man schon sagen. Also von dem her wäre es interessant hier mal reinzuschauen. Sondern es juckt sie gar nicht. Es juckt sie halt überhaupt nicht. Uff. Wie viel? Warte, warte, warte. Das ist ein Plug. Das heißt, er saugt raus. Das heißt, er speist knapp eine halbe Million F pro Tick da ein. Achso. Mehr kann ja gar nicht rein, weil die Batterie ja voll ist. Aber produzieren tun wir theoretisch 600.000 F pro Tick. Oh krass. Oh krass. Wir sind bald am aktuellen Limit angelangt. Nur noch hunderttausende F pro Tick Puffer. Uh. Das, äh. Da müssen wir die Deuterium und Tritium Zufuhr erhöhen. Ob das geht? Ob wir das schaffen? Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Wie lange dauert das noch? Wie lange dauert das noch? 2 Minuten 19 Sekunden. Pfff. Ich könnte jetzt richtig gemein sein und sagen, das erfahren wir in der nächsten Folge, was da passiert. Ich glaube, das wird zu gemein. Wir können uns aber schon mal anschauen, was der Space Station Assembler kostet. Und zwar die Lithium Dust. Okay. Titanium Gears und eine Rocket Assembling Maschine. Titanium Gears 2. Kein Problem. Verdammt. Und eine Rocket Assembling Maschine. Können wir auch nicht bestellen wegen Magnesium. Oh, Magnesium macht mich echt fertig, ne? Also Magnesium macht mich fertig. Wir müssen zwangsläufig. Noch eine mit 40. Zwangsläufig einen. Aber wie heißt denn das? Or. Fabricator? Nee. Aber wie heißt das Ding nochmal? Add. Magnesium. Or. Ein Combiner bauen. Combiner. Combiner. Ich halte es jetzt nicht mehr aus hier. Reinforced Alloy und Elite Control Circuit. Reinforced Alloy. Dann machen wir einfach mal. Nee. Erst äh. Elite Control Circuit. In der Reihenfolge müssen wir es machen. Weil der ja Reinforced Alloy dafür braucht. Und dann nochmal 20 Reinforced Alloy hinterher. Combiner. Ja. Und dann für die Mitte brauchen wir noch ein Steel Casing. Steel Casing. Kann man auch mal drei herstellen. So. Wie sieht es aus? Wo bleibt unsere Rakete? Oh, noch 45 Sekunden. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Kann man hier eigentlich hochglittern? Nee. Ja, wenn man nicht fliegen kann, ist man ganz schön angeschissen, ne? Aber gut, man könnte jetzt eine Leiter hochbauen und dann vielleicht... Nee, so eine Gangway kann man eigentlich auch nicht bauen, weil dann das sonst ja der Rakete anrechnen würde. Hm. Naja, aber wir können fliegen. Combiner. Okay, das ist schon mal gut. Nur die ganzen Alloy-Geschichten hier, die sind scheinbar noch in Arbeit. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Pfff. Äh. 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 Ah doch, die sind im Landeanflug. Also ich hoffe, die überlebt den Wiedereintritt in die Atmosphäre. Das wäre relativ schön. Und ich hoffe, die landet auch hier auf dem Launchpad. Äh. Sie müsste fast da sein. Ah, da kommen sie, da kommen sie. Puh. Ich dachte schon, ich mache hier eine auf SpaceX. Und dass die Rakete irgendwo landen, aber nicht da, wo sie landen soll. Da kommt sie mit den Bremsraketen reingeflogen. Wunderschön. Ja. Das Aufsetzen könnte noch ein bisschen spannender sein, aber wir gucken mal rein in die Chest und wir haben 52 Stahlblöcke. Und in der zweiten Chest ist offenbar nichts. Okay, 52 Stahlblöcke ist angenehm, weil Stahl ist immer ein bisschen nervig herzustellen. Ich glaube, da ist es ganz, ganz gut, ein bisschen Stahl zu haben, so, ne? Okay, also Asteroidenmining funktioniert relativ gut. Muss man schon sagen, ne? Muss man schon sagen. Gut, ein bisschen Rauch. Ein bisschen Rauch ist immer. Ähm. Wir können mal kurz durchschauen, ob wir hier irgendwo, ich glaube, trakuchen. Unium hatten wir da gefunden. Redstone. Ja, wir scannen mal nochmal neu. Es kostet halt jedes Mal Daten neu zu scannen, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber... Stahl. Da haben wir noch ein Stahl Asteroid. Aber eigentlich wollen wir die Lithium, wenn wir mal ehrlich sind. Der Mensch, ne Schad, ist schön. Aber hier ändert sich auch nichts mehr, wenn ich hier nochmal scanne. Irgendwie. Außer, dass wir Data verlieren. Äh. Ich hab halt keinen Plan, ne? Oder können wir auf Krampf nichts anderes mehr meinen, weil... Doch hier ist Crystal Rock Ore. Ein bisschen was ändert sich, glaube ich, schon. Aber sicher bin ich mir dann doch nicht. Drakonium. Ne, Starm. Star Metal. Puh. Asteroid Chip. Können wir einen mit Star Metal machen, weil Star Metal kann man auch immer gebrauchen. So. Dann packen wir den... Ah, ich muss den da... Packen wir den da rein. Und geben ihm hier die Daten irgendwie. Prozess Discovery. Oder muss ich jetzt auf Scan drücken? Star Metal. Unprogrammed. Das letzte Mal hat sich der Balken hier irgendwie gefüllt. So viel weiß ich noch. Müsst ihr vorne draufklicken? Ne. Hier kann man doch klicken. Process Discovery. Sorry. Oh, das dauert so lange. Wir lassen es einfach... Äh... Ja, es könnte natürlich sein, dass das tagsüber ein bisschen ungünstig ist. Alles klar. Gut, Leute. Ich würde aber dann sagen... Also erstmal möchte ich nochmal gucken. Wird der wieder aufgetankt automatisch? Darum kümmern wir uns in der nächsten Folge. Wir waren heute meinen... Ja, also wir waren auf einem Asteroiden und haben den abgebaut. Das ist eine gute Sache und demnächst kümmern wir uns um unsere Raumstation. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss u. Tschüss. Tschüss. Tschüss u. Hast du tunا?